so meine damen und herren ich begrüße euch herzlich recht herzlich zur zehnten folge endlich geht's weiter ich habe mir tut mir leid dass mir ein bisschen zeit gelassen hat mit dem weiterspielen von der defekt 2 aber nichtsdestotrotz der eine oder andere wird sicherlich kein problem damit gehabt haben und möchte jetzt gern weiter gucken von daher freue ich mich dass ihr dabei seid und diese konnektoren haben wir gefunden von daher plaudern wir mal mit der netz guter job in der hange genau es war nichts mehr was du tun ok upgrade was kann man denn machen mal schnell upgraden um permanent xp increase for killed enemy power control das geht nicht weapon faster weapons web increases the amount of the explosives that you can carry mhm 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 berserker hört sich doch gut an oder vampire das ist gut oder wir können hier nochmal upgraden oder wir können hier nochmal upgraden also lo der ja so s o k das wird schon passen es schade bill hot minikin nicht nicht Aber zumindest er hat er noch einen besseren Weg. Wir sind aus dem Wasser- und Nutrient-Distribution-System. Ich denke, Soldaten versuchen wir uns wieder rauszuhren. Und sie warten für unsere Reaktion. Du musst es mitnehmen. Du musst in die Wasser-Purifikation-Plante in Sektor D, Level 9. Ich bin sicher, Soldaten werden dich erwartet. Ich versuche, dort ein paar Zombies zu bewegen. Das sollte die Soldaten beschäftigen. Dein Ziel ist, die Pumpe zu starten und das gesamte Distribution-System reaktivieren. Es ist ziemlich kompliziert da. Ich erzähle dir, wo du gehst und wenn du da bist. Huh? Minikin-Armorator! Gute Minikin! Inventory, Inventory, ja. Die verkaufen wir. So. Das lange Schwert. Wir haben ja immer noch unsere... Die sind echt am geilsten hier. Ich weiß auch nicht. Von daher, ich glaube, diese langen Schwert... Die sind nicht so gut. Die haben wir zweimal. Ich schaue mal schnell. Hier können wir ja... Haben wir schon alles gemacht. Ähm... Und bei dem, da können wir bestimmt noch eins... Ja. Jawohl. Sehr schön. Genau. Ich lasse das einfach mal. So. Dann haben wir unseren Professor noch. Willkommen in my lab. Danette told me she was born on board. Raised by Wagner. Ja. Das ist wahr. Her existence. Es gibt es eine surprise. Wagner's Personal Toy Clone Projects were usually meant to make a more... Nightmarish Monster. What else do you know about her? I don't know much more. There's one detail you should probably know. But you'll have to promise me. You won't tell her about me. It's nothing bad. But she would be annoyed. I probably shouldn't. But you have my word, Doc. I ran a gene scan on her hair. I don't know how he got the material. But Heinrich used a genome that must have originated from his own daughter. But don't tell her. It's possible. She does not know about it. And I see through all her old fascination with her father's research. She really hates him more than anything. Now I wish you hadn't told me about this. Don't worry. I won't tell her. Good. I'm sure I have something that will fit you. Moment. Ich muss mal kurz schnell. Die Musik. Die nervt mich. Die Musik nervt mich. Die nervt mich. Das ist ein bisschen zu laut gewesen. Wir haben den goldenen Helm. Wir haben das. Wir könnten die Handschuhe. Wir haben doch bestimmt gute Handschuhe, ne? Oh, das macht aber Minus. Oh, das sind bessere Handschuhe. Ja, wir sind eigentlich schon recht gut ausgestattet. Upgrade. Upgrade haben wir nix. Stop. Und wir können ja auch fast nix kaufen. Oh, der wär geil. Der wär geil. Aber den können wir uns jetzt im Moment nicht leisten. Ist wurscht. Wird sagen, wir starten endlich die Mission. Damit es mal weiter geht hier. Tja, dann müssen wir hier. Unten hin. Not too hard, not too easy. Best if you just want to relax for a while. Average enemy will be at level 10. Locate the controls for the water distribution system and provide the base with enough water. Okay. Dann. Machen wir das. Dann machen wir das. Ich bin hier, aber die gesamte Bereich in front of mir ist full of the undead. Three. Is there any way to get around them? Entry. I'm sorry, but no. You'll have to get through them. Hurry, we don't have much time. Entry. Into sector D. Level 9. Und ich bin tot, was ja man sieht. Und ich bin tot, was ja man sieht. Scheiße. I'm here, but the entire area in front of me is full of the undead. Okay. Is there any way to get around them? Entry. I'm sorry, but no. You'll have to get through them. Hurry, we don't have much time. I hate the undead. Level 9. Leck mich, du Fett! Jetzt geht's los! Wir dürfen einfach nicht so lange Pause machen, das habe ich jetzt gemerkt. Das ist etwas tödlich. Das ist ein Sicherheitsdron. Versuch es, nicht bemerkt. Es wird den Alarm vertreten, wenn es dich entdeckt hat. Und wir wollen das nicht. Ja, 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 ja. Es ist einfach... Scheiße, scheiße, scheiße. Irgendwie... ... fehlt mir die nötige Übung. Wie kann ich mich heilen? Ich konnte mich doch irgendwie heilen. Ach, scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Boah, ich war's nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich kann's nicht mehr. Ich kann's nicht mehr. Ich bin total aus der Übung. Ich kann's nicht mehr. Ich bin total aus der Übung, Jungs. Das ist ja... Schrecklich ist ja das. Schrecklich. Das ist ja das. Die nimmt er gar nicht ab, ne? Lass halt nach, ey! Scheiße Ich kann's ja gar nicht mehr, aber ich muss erst wieder reinkommen. Das ist ja schrecklich. Warte mal, was hab ich hier? Boah! Ich hab doch sonst irgendwie manche Sachen gehabt. Ich hab doch nur Nades gehabt und alles, ne? Ja. Was do we have here, fat boy? What's happening? A fat guy in the chainsaw wasn't enough to leave for him. Looks a bit like Minikin. Minikin. Minikin's clone version 789. Minikin. He's dangerous at close range. Don't listen to me too. Oh man! Mann! Also irgendwie... Tolle Granate. Scheiße! 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 Entspannend! Ja. esses? Scheiße! Pfft! Pas in den счant. Se في den Blirr, endlich! Waaah, Mann! Das gibt's doch nicht. Ja, gibt's das jetzt? Ja, gibt's doch nicht, dass der jetzt nicht stirbt, ey. Das ist ja bescheuert, dass der nicht stirbt, ey. Wenigstens ein bisschen Geld würde... Oh, Mann. Das sieht aus wie ein Kontroll-Panel. Gut. Jetzt re-direkt die Wasser-Resourcen zu unserer Base. Fählert der Wasser-Pump-Aktivation-Prozess. Critical Error, Level 2. Shit, wir haben ein Problem. Die Wasser-Filter-Prozess failed. Ich will nicht für einen Replacement für dich. Ich habe mich nicht verwendet. Ich habe dich verwendet. I am a lot palmer now. I'm in position. I'm in position. I'm in position. Call me. Damn, it's locked. I'm in position. I need a card. I'm in position. I should have the card. Find one of them. I'm in position. I'm in position. I'm in position. Annual reactivation. Critical error. Water resources status. Yeah, 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 yeah. Come on. I'm sorry, but no. Well, I'll try to do something about it. We don't have much time. Call me. Insufficient cooling. I'm in position. Call me. Please reactivate. Yeah, yeah, on my way. Okay, I'm doing all I can. Oh, God, hey. Bin viel zu schlecht. Wenn man draußen ist aus dem Spiel. Wahnsinn, du. Hmm. Hmm. Das war's für heute. Oh Mann! Ach, leck mich doch am Arsch, verfickte Scheiße, echt, boah. Fuck ey, jetzt kotzt es mich aber gleich an. So gut mit den Schlechtkungen. Das war überhaupt kein Problem, hey, sonst die paar Hanserler da umzubringen. Das ist ja absolute Scheiße, was hier abgeht. Jetzt bin ich wieder hier, wieso bin ich jetzt hier? Ich brauche einen Schlechtkungen. Ja, 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 ja. Okay, das ist ein ziemlich großes Problem und es gibt nicht viel Zeit. Ich mache das, was ich kann. Das ist schon wieder so arschlöchert. Von Wunder, da. Von Wunder. Von Wunder. Ach, die muss ich jetzt erst töten, oder was? Ach, komm, hey. Die muss ich jetzt erst töten? Ha, 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 hat sich selbst getötet. Die muss ich jetzt erst töten, oder was? Ich bin jetzt erst töten, oder was? Me! So. Muss man da noch rein. Was ist da schon wieder los? Ah, Mann! Stumpal endlich! Wahnsinn! Oh, Mann, hey! Oh, Mann! So much noise. And it's calling in all the zombies from nearby areas. Get ready. The activation process will take some time. We have to post no start in the first try. Ha, 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 ha! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Now, Tofu- Get out of here! Das war's für heute. gut, müssen wir warten oh, ich kann gar nicht reden, Helferlauter Wahnsinn das ist gar nicht so einfach ach ja, natürlich oh, das kotzet mich an immer muss man das gleiche machen 388, 385 3 haben wir nicht 271 117 fehlt jetzt noch 50, 67 haben wir nicht so, 152 236 haben wir nicht 77, 159 wo haben wir 159 60 haben wir auch nicht oh, so schnell kann ich doch nicht rechnen 152 149 149 149 149 149 oh, Leute passen wir auf 388 321 sind praktisch 66 haben wir aber nicht wenn ich jetzt 385 nehme 3 haben wir auch nicht 257 ist praktisch der Rest äh, 257 ist der Recht äh, der Rest 43 und 88 sind 91 131 haben wir auch nicht weil 131 äh 59 7 scheiße 121 oder 90 oh, Mann 107 ich kann's nicht toll 235 ach, Mensch ich tue mich jetzt voll hart ne das zusammenzuzählen das sind 285 das geht auch nicht das sind äh, äh 334 das langt auch nicht ähm ähm 271 und 99 sind 371 370 und 18 haben wir auch nicht 77 176 ne das passt nicht 87 sind 186 das kann doch gehen, oder? ne oh Mann, was passt denn da zusammen ich brauche jetzt einen Taschenrechner ich brauche einen Taschenrechner ich habe keinen Taschenrechner jetzt haben wir doch alles was ist denn hier 88 und 9 sind äh 97 fast auch nicht ähm 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 es sind 380 da filme 8 wenn ich das nehme 152 und 77 sind 200 äh äh 222 203 äh 229 229 auf 388 äh ach, leck mich doch am Arsch da ist eh nichts Gescheites drin wo bin ich denn jetzt hergekommen? da hä? nö nö na ich muss doch jetzt zurück haben die gesagt die hat doch gesagt ich muss zurück an evt nde Das funktioniert jetzt. Du solltest wahrscheinlich warten da für einen Moment. Mann, f**k! Ach, leck mich doch! 6.000 Kredit, eh, komm, eh, der ist ein Christa, eh. Das war's. Läuft es jetzt schon oder was? Laufen die Pumpen wieder Ich brauche die andere Gnarrie, ich brauche die andere Gnarrie weg Laufen mich! Hilfe! Irgendwie kotzt mich das gerade richtig an So was haben wir denn hier noch zum Aufsammeln Und wo muss ich jetzt hin? Wo muss ich jetzt hin? Da ist wieder zu Die Gnarrie ist voll scheiße, echt wahr? Wo? Wo? Ach so? Okay. Das glaube ich. Mich hätte ja gern nochmal das so unten geknackt, aber... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jetzt habe ich da Mosexionen mehr oder was? Scheiße, ich bin nicht durch. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Echt, woher? Jetzt kann ich gar nicht drauf. Das ist doch scheiße. Verdammte Scheiße, echt woher? 6.000 kostet mich dieser Dreck jetzt. Bloß, weil ich so eine scheiß Waffe dabei habe. 5.000 kostet mich dieser Dreck. 5.000 kostet mich dieser Dreck. 6.000 kostet mich dieser Dreck. Any Difficulty Was wähle ich aus? Ist auch nicht schlecht, Movement Speed. Boah, leckfett. 41 Minuten. Jetzt rumgekaspert. Aber vielleicht gefällt euch das ja, wie ich fluche und wie ich versage, wenn es mich ankotzt. Aber gut, wenn ihr dabei geblieben seid oder euch das angetan habt, freut mich natürlich. Und ich freue mich auch, wenn ihr bei der nächsten Folge dabei seid, weil ich möchte es eigentlich schon gerne zu Ende spielen. Mal schauen, ob ich das schaffe mit meiner klugen Auswahl der Waffen. Weil da kommt es, glaube ich, schon sehr stark drauf an. Aber wir hoffen mal, dass es geht. Alles klar, ich freue mich. Bis dann. Ciao.